Und das WACKER KOMMT KOMMT Weißt du ich bin da so mit einer kleinen Storch auf ihn zugeflogen Und da habe ich so gesagt Obo, was hier ist denn? Weil du siehst so kleine Panzer zuhause Oh, das ist ein Panzer! Das ist ein Panzer! Das ist ein Panzer! Das ist ein Panzer! Das ist ein Panzer-Kampf-Fark 38 Oh, was ist das? Oh, ist das ein Stuck? Hey, Granate! Gib mir deinen Druck-Tag! Ich bin wieder bei ihm! Nein! Dock-Tag böse, das stimmt! Doch, wir brauchen die Dock-Tags! Du willst nur die alle hinhängen! In sein Schlafzimmer! Brenn und ich gegen Dustin und Philipp! Oh, Tug-Gott! Die sind interessant! Was? Die grünen Teufel! Es sind fucking falsche Weger ohne falsche... Und der Jäger! Warte, ich bring mir einen Verbund so aus dem Himmel! Nö! Blech-Hütter! Nein! Oh Gott! Es gab heute gar keine Sommelwass, dass ich es einstürzt! Ich dachte so, du zieht Blech-Hütter in den den? Nöööööööööööö! Es sollte in Rainbow Six Putin als Operator geben! Meinst du, dass er so zehn russische Bros bauen kann? Die einfach irgendwie zusammenknippeln? Ne, weißt du, der bekommt einfach alle Funktionen von den ganzen Spätzen als Operator! Nein! So? Ja genau! Der ist ein Fuse mit einem Scharfschützengewehr! Ne, der ausländisch Scharfschützengewehr kann auch die Fuse-Teile groß schießen! Du kannst kurz! Hier! Ich kann kurz werben, mal selbstverständlich! Ich hab' die Gegner ausgeschaltet, greifst du 5.000 Punkte auf! Ich kann gar nicht Moritz, ist das die다고? Ich Countdown, die versprach! Es ist nicht Vietnamens! Ich hab' nicht nur die Gegner gespürt! Erein! Ob gar keine Kinder Battlefield spielen filme? Ich komme da, dass du nicht liegt, bohr'n! Wie ist bohr'n? Wie ist bohr'n? Wie ist bohr'n? Ich fühl' es bohr'n! Du bist gut! Fuck! Hast du jetzt auf den Callback-Server zu gehen? Nee! Wir müssen aber eins, dass wir Alfa verloren! Over! Soll' ich grad' nicht haben! Äh, Karöte? Ufu, wenn man bald ist! Ufu, mein Internet! Nein, nicht Ufu, mein Internet! UFU! Was bleibst du eigentlich bei dir an? Nee, weißt du, er ist nur in meinen Rücken reingeflogen und aus meiner Brust vorne rausgekommen mit meinem halben Herz und meiner Lunge! Nein, nein, für das denn, sowas machen wir nicht! Seit wann? Pein, jahre! Wir spielen um What is wrong! Nee! Ey, die Geräusche klubieren! Ich war's nicht! Oh, das ist der Pazza! Bist du jetzt so weit am Offender spielen oder was wird dir los? Jetzt chat dich, verdammt! Bist du! To Vietnam vielleicht! Ich habe jetzt Lust auf Battlefield Bad Company 2, Vietnam! Mein Gott! Hast du Lust auf Lassd-Medje zu spielen? Bist du nicht! Nein Ich füße mich Cent Hilfe Cent Hilfe Cent Hilfe Ich lieg auf der Seite Cent Hilfe Weißt du das Cent Cent Das du hast dein letztes ist richtig Wirst du sogar zu 15 Metern nach vorne geflogen Nein 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 Doch bitte Nein Los Jimmy Benutzt wieder deine scheiß Flyhacks und Glitchhacks Ja gut Gut machst du das Komm landet mal im Venuzuela Gleich kommt 4chanel Zahn Wo sind meine Helikopter Wo sind meine Helikopter Wo sind meine Helikopter Der Krieg gegen Polen geht schon 70 Tage das kein Animal nachvollziehen der passiert wird Das Kriegsteil war eine solche Tour Das ist mir gerade erzählt dass in 70 Tage 400.000 Leute gestorben sind Ich hab 1.000 verloren Findest du jetzt 11.000 Das mag ich Bei mir sieht das grad so aus Du kennst ja diese Ereignisse wenn man auf Escape drückt Bei mir sieht das so aus Du willst das so laden Weißt du Diese Ladepunkte Das ploppt immer auf Ist wunderschön Ich hab keinen Autospeicher Ja ok also Dann solltest du mal speichern Weil bei mir Oder Geschehen interessante Dinge Bei mir Also GoodConnect mir erzähl dir eine gute Idee an Äh Also Menü Ja Bist du hilfreich? Wie 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 Ich habe das kaputt gemacht Du machst das kaputt Wenn wir uns anstrengen Machen wir auch noch die Tür kaputt Ich hab's gepackiert Jetzt lauf Du hast 3 Sekunden Zeit Da war ich Johnny Ich bin doch Hier wird ein Ball gebraucht Ich bin ein Ball Komm Komm Wie kann das sehr viel neu starten Wie Wie checkt man das Level? Äh Zum abgehen und dann Nochmal Wollen wir nicht Hartz auf Iron spielen? Jetzt hab ich so Ich hab glaub 5 Claps Wo du sagst Wollen wir Hartz auf Iron spielen? Wollen wir mal Wollen wir mal H2 Wollen wir mal H2 Wollen wir mal Oh mein Gott bitte nicht Ich spiel mir hier Titanic oder was? Wer ist Jack? Wer rettet den anderen? Aber wir machen selbst mal Puck Was wird das jetzt nicht optimal Was wird das jetzt nicht optimal ne? He 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 Ich geh mal kurz davon weg Also da ist kein neuer Ball Ich hab grad 5 Stück und wird so zerstört Wir jetzt H1